Eiweiß kann man gleichsetzen mit Sättigung. Die ganzen Fertigessen so wenig Eiweiß drin haben. Sie wissen ganz genau auch, was wir hier wissen, weil Eiweiß ist einfach teuer. Also wenn man viel von seinem Produkt verkaufen will, lässt man das Eiweiß weg. Weil dann ist derjenige nämlich die doppelte Portion. Dann vergiften wir uns. Robert Krug. Robert. Robert Krug. Robert Krug. Heute zu Gast im Vegan Podcast. Namaste, dass du diesen Kanal schaust. Ich habe nur eine kleine Bitte. Bitte abonniere diesen Kanal. Und wenn dir das Video gefällt, leite es einfach weiter. Es gibt so viele Menschen, die davon profitieren können. Und jetzt ab zum Video. Etwas über den Eiweißbedarf des Menschen, den Abbau, Umbau des Eiweißes in uns Menschen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass wir an jedem Morgen katabol aufwachen. Hallihallo und herzlich willkommen im Vegan Podcast. Und heute könnte ich fast sagen im Protein Podcast. Denn heute dreht sich mal wieder alles um dieses heiße Thema der heutigen Zeit. Protein, Eiweiß. Früher hieß es sogar Eiweißstoff oder so irgendwas. Naja, auf jeden Fall. Es geht nicht um Stoffen heute, so wie die Bodybuilder früher gemacht haben. Nicht nur mit Eiweiß leider. Aber heute haben wir wieder unseren Robert Krug eingeladen. Mehrfacher Buchautor. Und Superbrain aus meiner Sicht, der sich alles aus einer wissenschaftlich-Daten-Fakten-Technischer Lage anschaut. Und er hat ein neues Buch rausgebracht. Eiweiß ganzheitlich betrachtet. Gesundheit aus Sicht der Muskeln. Was sich hinter diesem nüchtern betrachtenden Titel verbirgt und was Eiweiß im Hinblick auf Langlebigkeit, Entgiftung, Vitalität, Muskelaufbau, Abnehmen und so weiter zu tun hat, erfährst du heute in diesem tollen Interview. Und übrigens auch, was sind die Unterschiede zwischen pflanzlichem und tierischem Eiweiß? Wie gut kann der Mensch jedes verwerten? Was ist die bessere Eiweißquelle für uns? Und vieles mehr. Übrigens auch aus der Sicht der Anthropologie beachtet oder betrachtet. Herzlich willkommen, lieber Robert. Erstmal, wie gut geht es dir? Und bist du heute katapol aufgemacht? Wie jeden Morgen leider, ja. Natürlich. Mir geht es gut. Ich fühle mich sehr gut. Es sind natürlich auch die Feiertage, wo man auch ein bisschen entspannen konnte im Kreis der Familie. Das ist ja sehr nett. Und ja, vielen Dank für deine Einladung. Zu diesem sehr spannenden Thema. Wie immer eine große Ehre bei uns im Blog und natürlich auch hier in YouTube. Und im Podcast hat es ja schon vieles zum Thema Eiweiß gegeben. Und gibt es auch sehr vieles. Das verlinken wir natürlich alles unten drunter. Aber du hast ja jetzt ein ganz, ganz neues, brandneues Werk rausgehauen. Und da sind ja dann eben auch die neuesten Grundlagen drin oder wissenschaftlichen, ja, mehr oder weniger Erkenntnisse drin, wo stehen wir heute im Jahr fast 2024 zum Thema Eiweiß. Wie viel ist gut für uns? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ja, auch eben eine ganz, ganz interessant und sehr häufig gestellte Frage. Wie viel Gramm Eiweiß sollten wir nehmen? Und da gibt es ja total viele unterschiedliche Antworten. Was ist deine Antwort zum Stand von heute? Ja, sehr gerne. Einen Satz würde ich gerne vorweg schicken. Ich komme ja nun mal aus der Ernährungsperspektive, wo tierisches Eiweiß ein zentraler Bestandteil ist, sagen wir es mal so. Es ist die Low Carb Healthy Fat Community, wo ich herkomme, primär. Man lernt langsam, so Low Carb muss man gar nicht gehen. Das ist auch im Eiweißbuch drin. Aber was ich sagen möchte ist, ich möchte hier nicht bekehren. Christian und ich verstehen uns ja nun sehr gut. Wir wollen aufklären. Wir wissen auch nicht alles. Es gibt auch diverse Sachen, die man vielleicht in der Wissenschaft noch nicht so 100% erklären kann. Aber es gibt viele interessante Erkenntnisse. Und ich möchte vor allen Dingen helfen. Und noch ein ganz wichtiger Disclosure, wie es im Englischen heißt. Ich habe keine finanziellen Bindungen an niemanden, außer dass ich natürlich gerne meine Bücher verkaufe mit meinem Wissen. Aber deswegen kann man sich darauf verlassen. Ich empfehle nichts, wo ich irgendwie finanziell dran gebunden wäre. Und zwar nichts. Ich habe keine Bindungen an niemanden. So, das vorweg. Da gibt es ein spannendes Lebenswerk von zwei Biologen. Es sind, glaube ich, beides Biologen. Simpson und Raubenheimer. Und die beiden haben, man muss ja immer sehen, da steckt immer ein gesamtes Lebenswerk dahin. Deswegen habe ich da auch unheimlich viel Respekt vor solchen Arbeiten dann auch. Die haben das Buch geschrieben, Eat like the Animals. Und haben dabei festgestellt, Tiere essen auf ein ganz fixes Eiweißziel hin, jeden Tag. Und das schaffen sie, ohne dass sie Tabellen dabei haben, dass sie irgendwo in Nahrungsrechner.de irgendwie sowas nachgucken müssen. Wie viel Eiweiß ist denn da drin oder was ist da drin? Wie viel Kohlenhydrat und so weiter. Sie messen nichts ab, aber sie schaffen es tatsächlich sehr konstant, individuell verschieden, je Tierart, eine Menge an Eiweiß zu sich zu nehmen. Und das hat die total stutzig gemacht. Wieso haben die so eine, man nennt das somatische Intelligenz auch zum Teil, wieso haben die so eine hohe somatische Intelligenz? Und wir Menschen, wie man jetzt leider feststellen muss, wenn man anguckt, dass in Amerika mittlerweile 50 Prozent der Menschen adipös sind, also nicht übergewichtig, sondern schwerst krankhaft übergewichtig, adipös. Und wie kann das sein, dass wir Menschen das so schlecht hinkriegen? Wahrscheinlich, weil wir zu viel nachdenken. Ein Grund. Aber was die festgestellt haben, ist, haben sie mehrere interessante Tests gemacht. Natürlich hat sich das hat sich über 30 Jahre so gefunden. Man hat da mit Fliegen angefangen, ist dann über Heuschrecken. Und dann haben sie Paviane beobachtet und dann auch und so weiter und sich halt in der Tierwelt sozusagen hochgearbeitet. So baut man das auf. Und dabei kann es ganz oft passieren in der Wissenschaft, dass man halt Fallschlag und dann so 15 Jahre des Lebens einfach mal so wegspült. Diese Storys hört man natürlich nicht. Aber ich will nur sagen, was ich da für einen Respekt vor habe, vor so einer Arbeit. Und die haben herausgefunden, dass wir Menschen von unserem Energiebedarf circa 20, 25 Prozent Eiweiß am Tag brauchen. Unser Körper das braucht. Wird im Buch auch erklärt, warum. Gehen wir aber auch drauf ein hier im Gespräch. Und das bedeutet erstmal so Pi mal Daumen. Christian und ich sind ungefähr gleich schwer. So 70, 72 Kilo rum. Das bedeutet, wir Männer brauchen ungefähr so 120, 20 Gramm Eiweiß am Tag. Sportler mehr. Also das ist jetzt erstmal für jemanden, der nicht allzu sportlich ist. vielleicht so zweimal die Woche ein bisschen laufen geht oder Krafttraining macht. Jetzt im Rahmen ein bisschen Pilates oder irgendwie sowas in der Richtung. Yoga hat nicht ganz so den höheren Bedarf. Aber diese 120 Gramm für Männer und bei Frauen ist so die magische Grenze bei 100 Gramm, dass man so auf 100 Gramm Eiweiß kommen soll. Und das hat unheimlich viele Effekte. Nicht nur zum Thema Muskelaufbau, sondern auch zum Thema Muskelerhalt. Und halt diese Sättigung, dass wir das brauchen zur Sättigung. Weil man hat an Studien, an Menschen festgestellt, ganz spannende Studien, man hat ganz leckere Mahlzeiten gemacht und hat die mit unterschiedlich viel Eiweiß versehen, ohne dass man das jetzt bemerkt. Dass da jetzt, na klar ein Steak sieht jeder, aber die haben keine Steaks gemacht. Steak weiß man ist 20% Eiweiß. Sondern die haben leckere Mahlzeiten gemacht und haben beobachtet, die, die die Mahlzeiten gegessen haben mit weniger Eiweiß, mit 10-12% Eiweiß, die haben mehr gegessen als die, die von vornherein einen wesentlich höheren Anteil an Eiweiß zu sich genommen haben. Und das sind also so 300-400 Kilokalorien haben die mehr gegessen. Und das ist in einer Mahlzeit vollkommen egal. Aber über die Jahre ist das nicht so egal. Vor allen Dingen, weil wir Menschen da leider auch dazu neigen gerne, Kohlenhydrate dann mehr zu essen. Thema Nudeln schmeckt jedem. Und da hat man dann das Problem, das sind 70% Kohlenhydrate. Ist zwar alles Glucose, ist kein Zucker, aber ist Blutzucker. Glucose ist Blutzucker. Und das ist Mahl okay, ist das überhaupt kein Problem. Aber dauerhaft ist das nicht so gut. Da hatten wir auch einen super Podcast und Video schon mit dir darüber gemacht, was ich eben auch super spannend finde. Da auf jeden Fall noch mal die Verlinkung. Jetzt haben wir gelernt, ungefähr 120 Gramm Männer, 100 Gramm Eiweiß, die Frauen jetzt mal über den Daumen gepeilt. Jetzt mal unabhängig von Gewicht und unabhängig vielleicht eben auch von sportlicher Aktivität. Du hast es genannt, moderate sportliche Aktivität. Das bedeutet dann, Sportler brauchen dann noch mal ein bisschen mehr. Können wir ja gerne noch mal drauf einkommen. Jetzt ist ja die nächste Frage, die sich darstellt, die hast du auch zum Teil schon beantwortet. Warum sollten wir so viel Eiweiß zu uns nehmen? Da ist natürlich wichtig, Eiweiß liefert Baumaterial nicht nur für Muskeln, wo es ja immer wieder darum geht, sondern aber auch für Organe, aber auch unser Blut und zum Beispiel auch für Enzyme und Hormone, die produziert werden. Und auch als Energiequelle spielt Eiweiß eine Rolle in unserer heutigen Zeit, aber wahrscheinlich eher sekundär betrachtet, da der Körper ja Eiweiß eher erst noch in Energie umwandeln müsste, wenn es notwendig ist. Aber ansonsten bräuchten wir es nicht. Und diese 120 respektive 100 Gramm sind wahrscheinlich auch so kalkuliert, dass sie nicht als, ich denke mal, primäre Energielieferant dienen. Ja, prinzipiell gar nicht Energielieferant. Das ist richtig. Auch das, sagen wir mal, diskutiere ich im Buch. Als Energielieferant ist Eiweiß heutzutage einfach viel zu teuer. Als wir noch Jäger und Sammler waren, stellte sich die Frage ja auch gar nicht letzten Endes. Und da wurde sehr, sehr wahrscheinlich auch Eiweiß verzuckt. Man sagt dann im biochemischen verzuckert, also in Glucose umgewandelt. Das können wir. Das ist gar kein Problem. Das kann der Mensch. Der Mensch kann eine ganze Menge Dinge. Tonkörper aus Fetten und so weiter. Aber aus meiner Sicht ist das nicht so sinnvoll, das zu tun, weil es halt auch gesunde Kohlenhydrate gibt. Und man braucht auch als Mensch, das ist nicht die gleiche Summe, lustigerweise, liegt auch so ungefähr bei 100 Gramm, 120 Gramm Glucose am Tag, die wir brauchen. Deswegen rate ich auch mittlerweile dazu pro Mahlzeit halt gesunde Kohlenhydrate. Das können aus meiner Sicht Kartoffeln sein, Gemüse sein. Wurzelgemüse eignet sich sehr, sehr gut. Man kann auch mal Nudeln essen, wenn man keine Glutenprobleme hat. Es gibt ja auch qualitativ hochwertige Nudeln. Und das sind im Rahmen. Bei Nudeln muss man dann halt, wie gesagt, vorsichtig sein. Da sollte es nicht mehr als 50 Gramm sein, weil da sind nämlich schon 35 Gramm Glucose. Nudeln haben halt leider prinzipiell, auch wenn es Vollkornnudeln sind, haben sie halt einen hohen Glucoseanteil und kann ein bisschen Blutzucker hochbringen. Aber wie gesagt, in einer Mahlzeit ist das Mahl überhaupt kein Problem. Und wenn man Läufer ist, sowieso, die wissen das auch. Leistungssportler haben ja auch einen viel höheren Tagesbedarf an Kilokalorien, diesen sie irgendwie abdecken müssen. Ansonsten würden sie abmagern. Egal, was sie essen. Wenn man zu wenig Kalorien isst, dann geht das auf Dauer nicht gut. Dann kommt man in den Hungermodus. Und in den Hungermodus will man nie reinkommen. Wobei, vielleicht für dich eben auch als, ich nenne es jetzt mal Gelehrter, diese Kaloriendiskussion ist ja, beziehungsweise wie werden Kalorien ermittelt, ist ja ein total outdatedes Verfahren. Aber es hilft uns trotzdem immer noch, eine ungefähre Richtlinie zu haben. Also so sehe ich diese Kaloriendefinition mittlerweile. Also ich glaube jetzt nicht, dass eine Kalorie eine Kalorie ist. Vor allem nicht, wann isst du sie, was genau isst du und so weiter. Aber wenn wir mal mit diesem Kalorienzeug ankommen, sofern das heute überhaupt noch aktuell ist, dann sollte es hauptsächlich nur als eine Richtschnur zu sehen sein, wo kann ich mich ungefähr ansiedeln. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich kann mich super krass hochwertig mit 1000 Kalorien ernähren. Ich kann mich aber auch total müllmäßig ernähren mit 1000 Kalorien. Und da ist natürlich, aber das ist mal ein Thema für eine weitere Podcast-Episode. Ja, genau. Da bin ich absolut bei dir. Kalorien ist nicht eine Kalorien. Das wird man ganz einfach feststellen. Ich gehe mit jedem sofort die Wette ein. Du trinkst eine Woche nur Cola, 2000 Kilokalorien. Und ich esse eine Woche lang nur Steaks, 2000 Kilokalorien. Und wir werden anschließend auf der Waage sehen, was das für den Unterschied macht. Also eine Kalorien ist nicht Kalorien. Kalorien ist trotzdem nicht unwichtig. Das soll heißen, man darf nicht dauerhaft zu wenig essen. Man braucht schon so ungefähr diese Menge. Also von daher ist das, aus dem Gesichtspunkt ist das schon wichtig. Ansonsten habe ich eine ganz spannende News dazu auch, die herauskommen wird, die aufzeigt, dass man durch 700 Kilokalorien mehr Kalorien essen, die Leute abgenommen haben. Und zwar im Durchschnitt 10 Kilo über, ich glaube, ein halbes Jahr. Sehr, sehr, sehr spannende Kalorien. Was ein Schlag ins Gesicht von allen Ernährungsberatern ist, die immer noch rumrennen und sagen, ess weniger, mach mehr Sport. Nein, ist falsch. Esst das Richtige, lasst vor allen Dingen die vielen Kohlenhydrate weg. Viele Menschen vertragen die einfach nicht. Und das sieht man dann leider auch häufig. Und wenn man die Kohlenhydrate reduziert auf eine vernünftige Menge, und das habe ich ja im Buch auch drin, was am einfachsten fällt, wenn man tatsächlich, und das gehen wir wieder ein bisschen zurück, wenn man genug Eiweiß isst, weil Eiweiß sozusagen kann man gleichsetzen mit Sättigung auch. Eiweiß ist Sättigung. Und da kann ich auch mal so einen Schwank aus meiner Erfahrung, bevor ich mich mit dem Thema Ernährung befasst habe, vielleicht mal so reinfließen lassen, wo vielleicht sich dann auch einige wiederfinden, oder was ein grundlegendes Missverständnis ist zum Thema Eiweiß. Ich habe damals tatsächlich nicht wirklich gelernt in der Schule, vielleicht habe ich noch nicht aufgepasst, aber nicht richtig verstanden, dass Eiweiß essentiell ist. Das heißt, wir müssen das täglich zu uns nehmen. Es gibt neun Aminosäuren, Bestandteile vom Eiweiß, die wir nicht selbst herstellen können. Das heißt, wir müssen die essen. Und ich habe immer gedacht, naja, du musst ungefähr nur auf die Energiemenge und der Körper kann da schon irgendwie alles umbauen. Nein, das kann er nicht. Er kann ganz viel nicht ineinander umbauen. Und heute haben wir das Thema Eiweiß. Fette ist auch so ein Thema, aber das wäre ein weiterer Podcast. Da kann der Mensch auch vieles nicht. Und beim Eiweiß ist es so, und das ist ganz essentiell zu wissen, neun Aminosäuren, also neun Lego-Bausteinchen von 21, die wir als Menschen benutzen und brauchen, können wir nicht selbst herstellen. Diese neun Lego-Steinchen müssen jeden Tag durch Ernährung reinkommen. Tun wir das nicht, baut der Körper Muskeln ab. Punkt. Period. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnissen überhaupt. Und da sieht man halt, wie wichtig Eiweiß ist. Wir können Glucose selbst herstellen im Körper, indem wir zum Beispiel Eiweiß verzuckern. Wir können sowieso unseren Glucosebedarf sehr weit runterfahren. Der Mensch kann ja sehr weit runterfahren. Man weiß nicht genau wie viel, aber irgendwo zwischen 50 und 100 Gramm Glucosebedarf liegt die Wahrheit. Das ist wahrscheinlich auch individuell wieder verschieden, weil wir nun alle ein bisschen verschieden sind von unserem Hintergrund, wo wir in den letzten 20, 30.000 Jahren unsere Vorfahren herkamen. Wir können Ketonkörper herstellen als Ersatz für Glucose, als Energiebedarf. Unsere ganzen Muskeln können prima auf Fett laufen, solange wir nicht stark die Muskeln beanspruchen. Eigentlich ist die Glucose so aus evolutionärer Sicht dafür diese Spitzenleistung. Wenn man kämpfen muss, weglaufen muss, jagt. Also wenn man kurzfristig richtig Power braucht, volle Energie, dafür schaltet der Körper komplett die Muskeln um auf Glucose, weil er weniger Sauerstoff braucht. Das ist der Hintergrund. Ansonsten würde er bei Fett bleiben. Die Muskeln lieben Fett. Und wenn wir spazieren gehen, hier so ganz faul, was eigentlich ja total unnatürlich ist für uns Menschen, auf dem Stuhl sitzen, verbrennen unsere Muskeln, die müssen jetzt auch nicht viel machen, da muss ich jetzt gerade meine Arme hochheben, verbrennen die Fett. Dafür verbrennen die Fett. Und das tun sie eigentlich auch für die 23 Stunden am Tag, wo wir relativ ruhig gelebt haben, muss man sagen, in der Vergangenheit. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Verbrauchen die Muskeln Fett. Und gar keine Glucose. Glucose ist, das Gehirn braucht ein bisschen was. Ich glaube, Nieren, Nebennieren braucht ein bisschen was. Es gibt so ein paar Gewebearten, die ein bisschen Glucose brauchen. Deswegen sagt man, man braucht so am Tag, so am besten, man isst so um die 100 Gramm Glucose. Dann zwingt man den Körper nämlich nicht dazu, aus irgendwas, aus wertvollem Eiweiß, weil Eiweiß ist einfach teuer. Muss man heutzutage auch. Das hat einen Grund auch, warum die ganzen Fertigessen so wenig Eiweiß drin haben. Das sind zwei Gründe. Erstens, die wissen ganz genau auch, was wir hier wissen oder was wir gerade heute jetzt lernen, dass Eiweiß Sättigung bedeutet. Also, wenn man viel von seinem Produkt verkaufen will, lässt man das Eiweiß weg. Weil dann isst derjenige nämlich die doppelte Portion, weil er einfach noch Hunger hat. Das kann jeder auch gerne ausprobieren. Na gut, das bräuchte ich jetzt das falsche Beispiel. Das hätte ich gerade gesagt. Jeder kann es mal ausprobieren mit 500 Gramm Steak, versuchen danach ein zweites zu essen. Das klappt nicht. Was ist da mit der goldenen Möwe, die ja dann auch schon auch diese riesen Burger haben mit schon auch vielem tierischem Eiweiß? Hängt das dann damit zusammen, dass außenrum das meiste dann doch wieder billige Glucose in Form von Weißmehl und so weiter ist? Weil eigentlich hast du ja dann doch da ein fettes Stück Eiweiß auf der Platte stehen. Bis trotzdem zwei Stunden später wieder hungrig. Ja, das liegt sehr stark. Also, wenn du, es gibt ja in der Keto-Community den Witz, notfalls, wenn man mal notfalls auf Reise was essen muss, dann geht man in so ein Fastfood-Restaurant, lässt sich den größten Burger geben und schmeißt alles außer dem Burger-Pattie weg und isst das Burger-Pattie. Und dann passiert das tatsächlich nicht. Also, diese Glucosespitzen kommen dann dadurch, dass man die in sehr schlechten Öl zubereiteten Pommes isst, plus die Cola, wenn sie nicht eine Light ist, wobei die ganzen künstlichen Zucker, hatten wir glaube ich letztes Mal angerissen, sind auch alle nicht gut und treiben trotz ein wenig Insulin und machen vor allen Dingen Darmbakterien richtig Ärger. Also, diese Begleiterscheinung plus dieses furchtbar schlechte, ich will es nicht Brötchen nennen, das ist eine Verunglimpfung für jedes gut gemachte Brötchen. Also, das was da ringsrum um das Fleisch ist, das Fleisch hat ja auch keine tolle Qualität, also deswegen, ich bin seit... Genau, das wollte ich ja sagen. das heißt, das Fleisch reicht ist da nicht mehr raus. Ich glaube, ich würde auch jeder Ketoaner oder wie auch immer schlecht beraten, wenn er es tatsächlich macht, da würde ich lieber fasten die Zeit, denn ich glaube, der Preis ist dann doch zu heftig, nur dieses Fleisch zu essen, was ja dann voll ist mit Antibiotika, voll ist mit gesättigten Fetten, weil es wahrscheinlich in Sonnenblumenöl, was schon 20 Mal benutzt wurde, gebraten wurde und vieles mehr, also Massentierhaltung brauchen wir hier gar nicht erwähnen, wird kein Fleisch aus reiner Weitetierhaltung sein, das du ja gerne isst und bevorzugst. Also, das heißt, der Preis da ist viel zu hoch, so oder so, leitet mich aber auch gerne zur nächsten Frage, die ja häufig in Bezug auf Eiweiß immer wieder gestellt wird, was ist die beste Eiweißquelle und da fassen wir jetzt ja quasi ein heißes Thema an, denn du würdest natürlich aus deiner Sicht sagen, die tierischen Eiweiße sind die besten Eiweißquellen, aber gehen wir doch da mal rein, wenn wir mal diese Auflistung nehmen, wo ist am meisten Eiweiß drin, dann würde ich sagen, da werden die tierischen Quellen wahrscheinlich da vorne angeführt werden, aber fangen wir damit an, wo ist am meisten Eiweiß drin, ich werfe da mal ein Argument in den Ring, wenn wir nicht die Grammzahl nehmen pro Eiweiß, also wir nehmen 100 Gramm Fleisch beispielsweise und dann schauen wir, wie viel Gramm Eiweiß ist da drin, da würden wahrscheinlich die tierischen Produkte immer gewinnen, Eier, Rindfleisch und so weiter, was ist aber, wenn wir Kalorien nehmen, also das bedeutet, auf 100 Kalorien, wo ist am meisten Eiweiß drin, was ja quasi eigentlich eine wichtigere Kennzahl ist, wenn wir sagen, okay, wie viel können wir essen, dann können ja gewisse Lebensmittel im pflanzlichen Sektor, allen voran zum Beispiel Sprossen, die einen sehr, sehr hohen Eiweißanteil haben und sehr wenige Kalorien haben, da durchaus mithalten. Wo würdest du also sagen, jetzt mal ganz objektiv betrachtet, wenn jemand eben auch hier im veganen Podcast zuhört, wo ist am meisten Eiweiß drin und was würdest du da auflisten, sagen wir mal so die Top Ten? Oh ja, okay, das wird ein bisschen schwieriger, ja, weil ich vorweg, ich mache es mir ja einfach, muss man jetzt, ist ein Späßchen, aber ich mache es mir einfach, indem ich tierisches Eiweiß esse, weil das aus mehreren Gründen, die müssen wir mal durchgehen, die müssen wir mal durchgehen, was das für Gründe sind, warum das tierische Eiweiß erst mal, sagen wir mal so, auf den ersten Blick überlegen aussieht, auf den ersten Blick, das heißt nicht, dass man sich nicht vegan ernähren kann, das heißt es nicht und ich nehme mal die gute Nachricht vorweg, wenn wir da gleich durchgehen, was es verschiedene wissenschaftliche Standpunkte gibt zum Ermitteln, in Anführungszeichen, Qualität von Eiweiß, dann nehmen wir mal vorweg, man kann oder was man machen muss als vegetarisch oder vegan sich ernährender Mensch, vegetarisch ein bisschen einfacher, weil ich glaube, die essen in aller Regel noch Eier, da kann man dann sehr gut mit ausgleichen, Eier und einige essen auch Fisch und bei veganer Ernährung ist der Trick die Kombination verschiedener pflanzlicher Eiweiße, das ist der Trick, warum muss man das machen, so jetzt gehen wir die Punkte durch, die Wissenschaft macht sich schon seit einigen Jahren Gedanken darüber, wie man Qualität von Eiweiß ermitteln kann, und ein Aspekt dabei ist so ein Messwert, der nennt sich D-I-A-A-S, Dias-Index, der misst die Qualität des Eiweißes aus verschiedenen Sichten, nämlich erwachsener Mensch oder Kleinkind, da gibt es verschiedene Richtungen, Kleinkinder haben tatsächlich etwas anderen Bedarf als wir Erwachsene und da schaut man an, wie ist die, wir hatten ja gesagt, 21 Aminosäuren, nochmal kurz, die Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweißen, kodiert ist das Ganze in unseren Genen, da steht drin, wie ein Protein oder Enzym oder Hormon oder so weiter oder 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 gebaut werden muss, das ist unser Bauplan, wenn man sich das aus der Industrie kommt, das ist die Blaupause, da guckt man drauf, ah, ich brauche die und die und die und die Aminosäure in der Menge backt das zusammen und dann, das macht dann, da braucht man nicht drauf eingehen, das macht verschiedene Bestandteile in der Zelle und dann kommt daraus ein neues Eiweiß und dieses, dafür braucht der Körper logischerweise die Baustoffe, einige kann er selbst herstellen, das sind halt die nicht essentiellen Aminosäuren, die kann er aus den essentiellen Aminosäuren herstellen, aber wiederum auch nur aus essentiellen Aminosäuren, das kann er nicht aus Glucose herstellen, er kann es nicht aus Fett herstellen, das können wir Menschen nicht, das können tatsächlich und jetzt kommt es, nur Bakterien, ja, Bakterien sind in der Lage, das umzuwandeln und deswegen brauchen wir die Weidetiere, ein Stück weit, unter Umständen, ja, gut, das ist meine Sicht, gut, kommen wir später, so, das ist ein Aspekt, also man guckt an, was der Mensch an Bedarf an Aminosäuren hat und da hat man Folgendes festgestellt, pflanzliche Eiweiße unterscheiden sich ganz stark, das liegt fast auf der Hand von tierischen Eiweißen, die unterscheiden sich einfach sehr stark, man muss sagen, wir kommen aus der Jäger- und Sammler-Historie, da gibt es, ja gut, es gibt ein paar Glaubensgemeinschaften, die sehen das anders, aber aus dem wissenschaftlichen Standpunkt kommen wir aus der Jäger- und Sammler. Kurze Zwischenfrage, was mich da interessieren würde, ist, inwieweit hatten aus, aus wirklich historischer Sicht die Menschen früher tatsächlich so viel Eiweiß zur Verfügung, wie du es heute machst, weil du es dir einfach machst, wie du es nennst, also du isst jeden Tag Fleisch, weil du Zugang hast, ne, du hast, sag ich mal, das Geld, du hast Zugang zu der richtig guten Qualität, wo die Tiere auch nicht gelitten haben, etc., das ist ja auch selbst heutzutage eher ein, wie soll ich sagen, ein Privileg, sehr selten, weil das Weidetierhaltung, weiß ich jetzt, Fleisch kostet jetzt zwar nicht so viel, wie es immer, wie es immer propagiert wird, alles gut, nur in der, in der Masse, wenn es jetzt jeder machen würde, würde es ja auch gar nicht funktionieren, also ich weiß, diese, 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 diese hoch qualitativen Weidetiere, die dann sogar auf dem, auf dem Feld noch geschossen werden, die keinen Transport machen müssen, und ich bin da wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ein Fan davon, aber wenn man Fleisch isst, dazu habe ich auch einen Blogartikel, dann würde ich das auch so machen, aber das ist ja, wenn ich auf solche Shops gehe, die sind eigentlich immer ausverkauft, also, so, das mal zum einen und zum anderen Ursprung der Frage war ja, jetzt Jäger und Sammler, wie oft hatten die tatsächlich das Glück, mal ein wirklich geiles, riesiges Stück Fleisch zu erlegen, was dann auch die ganze Familie satt gemacht hat in der Höhle, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dreimal am Tag der Fall gewesen ist, so wie es, wie du es vielleicht heute einfach machen kannst, also, der Hauptbestandteil der Ernährung hat doch wahrscheinlich trotzdem aus anderen Sachen stattgefunden, Wurzeln, wie auch immer. Wahrscheinlich nicht tatsächlich, es gibt da dieses Gesetz, dass du nicht mehr Energie verbrauchen darfst, als du durch deine Nahrung zu dir nimmst, es ist eine relativ einfache Logik, wenn ich jeden Tag für 2.000, 3.000 Kilokalorien sammeln, suchen, graben muss und nur 1.500 esse, dann geht das auf Dauer nicht gut, in unserer Gesellschaft geht das gut, weil wir können jederzeit irgendwo hinrennen und können beliebiges essen, wobei wir ja der Meinung sind, man soll auf Gesundheit, auf jeden Fall auf Gesundheit achten. Also, dazu gibt es tatsächlich sehr, sehr viel mittlere Weile, es gibt das Werk von Lauren Cordain, der sich, der da sehr populär geworden ist als Anthropologe, es gibt da auch, der hat auch auf Arbeiten vorher aufgebaut, es gibt, es gibt, es gibt ja Wahnsinn, was die Wissenschaft ja auch kann zum Teil, sie versuchen ja auch irgendwie die DNA, ich glaube, das sind die Andertalers, haben sie tatsächlich auch wieder fast hinbekommen, also solche Sachen, was vor 30 Jahren noch undenkbar war. Also, man untersucht zum Beispiel auch den Schmelz an den Zähnen, man kann an der Zahnschmelzuntersuchung von Zähnen untersuchen, was die Menschen gegessen haben, man kann an der Knochen, an Knochenisotopen aus der sozusagen Physik mehr, chemischen Physik, kann man untersuchen, was die Menschen gegessen haben, daran kann man, also Weidetiere unterscheiden sich von Karnivoren massiv, was die Stickstoffisotopen Zusammenstellung angeht und da stellt man zum Beispiel fest, dass Neandertaler, da sind wir aber nicht, die Neandertaler, sagen wir mal, im besten Fall haben wir sie verdrängt, ist ein Cousin, also sozusagen von uns, von evolutionstechnischer Sicht, wir haben zwei Prozent Leandertal-Gen in uns, also wir gehörten mal vor 45.000 Jahren zu demselben Ausgangslebewesen, eigentlich schon fast, war schon Homo sapiens, aber der Neandertaler, letzten Endes hat eine andere, der ist früher ausgewandert, in die kälteren Bereiche, war da auch optimal drauf angepasst und wir, wir, die dann den Kontinent sozusagen für uns eingenommen haben, muss man auch ein bisschen negativ werden, wir leben ja nicht mehr im Einklang mit der Natur, also so gar nicht, da sind wir uns glaube ich auch absolut einig, haben den Neandertaler verdrängt, lassen wir es erstmal so, ich glaube nicht, dass wir ihn abgemetzelt haben, das hoffe ich zumindest nicht vom Herzen her, aber wir waren, wir waren insofern überlegen, dass wir bessere Jäger waren, wir haben dieser, es wird überall spekuliert, man, das ist natürlich, wir haben, also es gibt einmal zum Beispiel die Analysen, um auf eine eigentliche Frage zurückzukommen, gibt es von Miki Ben-Dore, das ist ein Anthropologe, der hat verschiedene wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, eine Antwort von ihm heißt zum Beispiel Man the Fethunter, also der Mensch, der nach Fett jagt, weil das Fett für uns in der ganzen, in den ganzen Jahrhunderttausenden wichtiger war, als das Eiweiß, warum? Eiweiß hatten wir ganz gut, aber die Tiere waren, also Jagd, die Tiere, die wir heutzutage jagen, wenn sie denn wild leben, was seltenst noch der Fall ist, sind halt sehr mager und der Mensch kann nur eine begrenzte, also so wie ich gesagt habe, heutzutage muss man eher darauf achten, wir müssen eine Menge an Eiweiß essen, weil die Menschen tatsächlich nicht nur in Deutschland, auch europaweit, beziehungsweise in Amerika, selbst in Amerika, zu wenig Eiweiß zu sich nehmen, mussten die Menschen damals darauf achten, dass sie nicht zu viel Eiweiß essen, also wir können auch, wenn wir zu viel Eiweiß essen, also zu viel mageres Fleisch, wo kein Fett dran ist, dann vergiften wir uns, nennt sich Rabbit Sturvation, das heißt, die Leber, wir können so, je nach Mensch, also wir beiden, zum Beispiel, uns sind 70 Kilo, wir können so 250 Gramm Eiweiß am Tag tatsächlich vertragen, ohne dass wir Gefahr laufen, dass unsere Leber überlastet wird, aber irgendwann wird die Leber durch den Stickstoff, weil sie dann das Eiweiß umbaut in Glucose, zu viel umbaut und dabei zu viele Abbauprodukte entstehen, die giftig sind, die alle entgiftet werden müssen und irgendwann ist die Leber damit überfordert und dann gibt es Rabbit Sturvation, Rabbit Sturvation deswegen, weil ein Kaninchen oder Hasen sehr, sehr wenig Fett dran ist und wenn man das isst, mal einen Tag, zwei Tage, ist kein Problem, aber über sechs Wochen, so dann fangen die Probleme an, dass man Vergiftungserscheinungen bekommt und deswegen waren wir in Anführungszeichen immer sehr, sehr hinterher, dass wir genug Fett bekommen, weil Fett ist Energieträger Nummer eins, gerade in der damaligen Zeit, es war halt unheimlich schwer, man muss sich das auch so vorstellen, man muss sich mal angucken, wie groß Apfel waren, Apfel waren, der Urapfel ist so groß, wie eine Johannisbeere, das ist ein Apfel, der Apfel ist nicht so, wie wir es heute kennen, dass wir da Bratäpfel im Ofen machen können, was wir auch nicht hatten, also ich will sagen, Also haben wir uns doch eigentlich mehr vermehrt, wie der Neanderthaler, weil wir bessere Jagdfähigkeiten hatten, sagst du, damit hatten wir mehr Eiweiß zur Verfügung und damit konnte auch unsere menschliche Evolution stärker starten, wir uns mehr vermehren und so weiter, ist das quasi eine logische Richtig, es geht aber viel weiter zurück, also die richtige, reine Carnivorzeit war der sogenannte Homo rectus, der lebte relativ unverändert über eine Million Jahre, man weiß nicht, ob der auch tatsächlich sprechen konnte oder nicht, die haben auch im Verbund gejagt, weil die haben es ja geschafft, das Großwild, das Großwild zu bejagen, das findet man auch, man findet auch diese Knochenfunde, wo man ganz genau sieht, diese Messer, die man aus diesem schwarzen Stein, Dragon Glass auf Englisch, schlagen kann, die sind ja Rasiermesser scharf, damit kann man sich tatsächlich rasieren, wenn man das frisst ausschlägt und das ist eine Erfindung von, ich glaube zweieinhalb Millionen Jahren, das waren so die ersten Schritte von uns Vormenschen, dass man gesehen hat, oh, man kann mit diesem Stein dieses Lebewesen aufschneiden, beziehungsweise am Anfang waren wir Scavenger, also reine, wir haben gewartet, bis der Löwe das gejagt hat, weil wir haben keine großen Zähne, wir sind auch nicht furchtbar stark gemessen am Tierreich und damals, die waren auch wesentlich kleiner, als wir heutzutage sind, die waren nur so einen Meter, glaube ich, einen Meter zwanzig, wir haben gewartet, bis der Löwe durch war, der Löwe ist ja das Gejagte nie komplett auf und dann sind wir rausgekommen und waren schlau genug, was der Löwe so nicht konnte, beziehungsweise andere Tiere, wobei man heute Raben sehen kann, dass die sowas Ähnliches machen, wir sind hingegangen und haben mit Steinen und so weiter die Knochen aufgeschlagen und da sind wir an das Knochenmarkfett rangekommen, was unheimlich wertvoll ist, also jetzt von der Nahrungsdichte her, weil es ist Fett, es sind Mineralien drin, es sind die richtigen Fette drin und so weiter und das war so der Anfang von dem Mensch werden, das hat sich aber zweieinhalb Millionen Jahre hingezogen, bis dann sozusagen dann die Wandlung zum Homo sapiens kam und der Homo erectus, wie gesagt, der hat, da gibt es gute anthropologische Nachweise, dass wir komplett da, wo wir gelebt haben, die Mammel, die, ja, die Großelefanten sehr stark bejagt bis ausgerottet haben, aufgrund unseres Erfolgs, dadurch, dass wir dann auch immer mehr wurden und das heißt, wir waren in der Lage, da auch schon in Gruppen zu jagen, der, es wird gesagt oder es wird vermutet, der Homo sapiens ist deswegen entstanden, weil das Großwild weg war, größtenteils weg war, nämlich von uns oder von uns, von unserem Vorgängermodell bejagt ohne Ende und wir mussten dann kleinere Tiere jagen, wie Zebras und so diese Kategorie, Antilopen und so weiter, was, wir kommen ja hauptsächlich, wir kommen ja nun mal aus Afrika und das ist der Grund, warum wir noch stärker im Verbund jagen mussten, um unsere kleineren, flinkeren Tiere zu bejagen und dann irgendwann kam dann der Wechsel, irgendwann kam immer mehr Sammel mit rein, weil wir diesen Kohlenhydrat, also wir brauchen Kohlenhydrat oder Fett, wir können, wir Menschen können nicht nur sozusagen von reinem Eiweiß essen, also wenn man Eiweiß schrunkst, das kann man mal ein paar Tage machen, da braucht man keine Angst haben, jetzt egal, welche Quelle von Eiweiß, man kann Eiweißdrinks machen, zum Beispiel, über zwei, drei Wochen ist das überhaupt kein Problem, diese Slimfast-Geschichte aus den 80er Jahren war so eine Story, das Geheimnis war das Eiweiß, in dem Slimfast, das andere Zeug, was da drin war, würde ich nicht unbedingt zu mir nehmen wollen, aber das war das Geheimnis und das kann man machen, aber auf lange Sicht können wir Menschen mit nur Eiweiß nicht überleben, wir brauchen entweder, wir brauchen eine Energiequelle und die ist entweder, nennt sich Kohlenhydrat oder nennt sich Fett. Es gibt ja auch diese quasi Theorie, nenne ich es jetzt mal, oder dieses Argument ja eben auch von vielen pflanzenbasierten Essern, zu denen ich ja eben auch gehöre und ich will das jetzt gar nicht bewerten, dass wir rein physiologisch gesehen keine Fleischesser sein könnten oder waren, weil wir ja quasi dieses ganze Gebiss, auch den Darm, die Länge des Darms und so weiter gar nicht haben, also das heißt, inwieweit geht das dann wiederum einher, mit, dass wir eigentlich gar keine perfekten Eiweiß-Fleischverwerter sind und sie auch gar nicht jagen könnten, außer dass wir eben so Schlauwaren-Werkzeug kreiert haben, mit der Theorie, dass wir eigentlich viel Eiweiß brauchen in Form von Fleisch. Das ist tatsächlich, das habe ich im Buch auch drin, das ist ein sehr guter Punkt. Es ist so, wir sind nicht besonders stark, also wer versucht, mit einem Elefanten zu ringen, egal wie stark er ist, stärkste Mann der Weltwettbewerbe, lustigerweise gucken, chancenlos. Ich würde auch sagen, gegen einen Löwen, chancenlos. Aber es gibt diesen lustigen Spruch, setzt einen von uns nackt in den Urwald und er wird am Abend das Essen im Bauch eines Jägers sein. Relativ wahrscheinlich. Setzt 50 von uns nackt in den Urwald aus und die Story wird komplett anders, weil wir halt organisiert sind. Aber zurück zum Punkt. Wir können nicht besonders schnell rennen. Das sind uns fast alle Tiere überlegen. Selbst ein kleiner Dackel rennt uns weg. Wir sind nicht besonders stark, wir können nicht fliegen, wir haben keine Krallen. Unsere Fingernägel sind auch nicht so schlecht, wenn man genug Eiweiß isst. Das ist tatsächlich auch ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man genug Eiweiß isst, weil mit zu wenig Eiweiß werden die Fingernägel sehr schlecht. Einer von vielen, es gibt auch Jod und Silene. Aber das kommt mit rein. Das heißt, aber wir haben halt vor zweieinhalb Millionen Jahren diesen Schritt gemacht, dass wir, wir haben ja ein viel zu großes Gehirn gemessen, verglichen mit allen anderen Tieren. Unser Gehirn ist viel zu groß, viel zu energieintensiv. So, was ist passiert? Und das mit dem Darm, das finde ich interessant, weil wir tatsächlich einen hochentwickelten Darm haben, der perfekt dafür geeignet ist, Eiweiß und jetzt erstmal, sagen wir mal, egal welche Quelle, das ist egal, ob es jetzt tierisch ist oder das spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Übrigens auch jetzt aus Sicht der Aminosäuren, weil der Mensch, wenn er Eiweiß isst, bricht erst runter auf Aminosäuren. Und da kann man auch erstmal sagen, es ist vollkommen egal, ob diese Aminosäure aus einer Bohne kam, aus einer Kartoffel kam oder von einem Rind oder von einem Hasen kam. Das ist vollkommen belanglos. Genau, da sind wir wieder bei der Antwort auf die Frage, welche Eiweißquellen sind die besten. Es ist die beste, die quasi oder in der Kombination, die die Aminosäuren abdeckt, die essentiell sind, also die wir nicht selber herstellen können und zwar in einem gewissen Maße, dass wir dann insgesamt auf diese 120 Gramm Eiweiß bei Männern auf jeden Fall kommen können. Aber wir brauchen eben diese essentiellen Aminosäuren, die in sehr vielen pflanzlichen Lebensmitteln halt nur begrenzt vorhanden sind und dementsprechend macht die Kombinierung halt Sinn. Dafür haben wir ja eben auch sehr viele Inhalte schon kreiert. Also im Eiweißpulverbereich mischen die meisten Erbsen Protein mit Reisprotein und du sollst Hülsenfrüchte zusammen mit Getreide essen und so weiter. Also das heißt, das sind quasi die besten Proteinquellen und dann dürfen wir quasi darauf aufpassen, egal ob wir es pflanzlich oder tierisch uns ernähren, dass wir von den anderen Quellen, weil wir ja gewisse Dinge miteinander kombinieren, dass wir da halt drauf achten, dass wir nicht zu viel Kohlenhydrate oder eben auch zu viel Fett haben, sondern dass alles in Moderation ist. Also die Fleischesser haben vielleicht das Thema, dass sie vielleicht als Beiprodukt zu viel Fett haben, außer das ist zu mager, dann muss man wieder darauf achten, dass man nicht zu viel Eiweiß isst. Die Pflanzenfresser haben vielleicht die Herausforderung, dass sie zu viel Kohlenhydrate dann haben, weil als Beiprodukt der Aminosäuren, gerade in Hülsenfrüchten und so weiter, da auch natürlich viel Kohlenhydrate da sind. Also das heißt, da brauche ich einen schönen Ernährungsplan, der für mich sehr gut passt und der quasi all diese Dinge, ich bin auch ein großer Verfechter von einer Low Carb, High Protein Fat Mediterranean Diet, also so unbehandelt wie möglich. Da bin ich eben auch ein großer Fan davon und das ist natürlich eben auch möglich, vor allem mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, weil wir ja alles zur Verfügung haben. So, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, um das Thema abzuschließen, aus deiner Sicht sind wir also doch dafür geeignet, viel Protein oder auch tierische Produkte zu essen, weil du sagst, wir haben unser Gehirn vor 2,5 Millionen Jahren sehr stark entwickelt, wir können uns organisieren, wir sind also insofern trotzdem Jäger, dass wir zwar nicht die schnellsten, besten sind, aber wir sind halt die cleversten und dadurch können wir uns organisieren, dadurch können wir auch sehr effektiv jagen, ohne dass wir einen Gebiss wie einen Löwe haben müssen, der alleine durchkommen muss. Also das ist quasi deine Antwort auf die Frage, ob wir physiologisch eigentlich dafür gemacht sind, Fleisch zu essen. Genau, und da ist noch ein zweiter Aspekt dabei, die Studie habe ich auch im Buch drin, und zwar hat sich durch die Entwicklung des Gehirns unser Dickdarm komplett zurück, fast komplett zurück, wir haben ja noch einen Dickdarm, aber unser Dickdarm ist sehr, sehr klein geworden, dass im Gegensatz zu unserem Dünndarm, unser Dünndarm ist der Bereich, wo alle Aminosäuren aufgenommen werden, also beziehungsweise wo die Aminosäuren, wo die Eiweiße weiter zerlegt werden, das fängt im Magen an und im Dünndarm wird weiterhin die Eiweiße runtergebrochen, weil wir Menschen mögen keine fremden Eiweiße, Blutspenden und so weiter, Thema, das ist alles sehr, sehr tricky oder Organspenden, darin sieht man das, obwohl es von Menschen kommt und wir mögen keine fremden Eiweiße, das heißt, der Mensch versucht immer alles möglichst fast komplett runterzubrechen, es gibt da ein paar Ausnahmen bei einigen Peptiden, die können wir jetzt außen vor lassen und dafür ist unser Dünndarm komplett ausgelegt, der bricht die tierischen Eiweiße so weit runter, es gibt Menschen, die haben ja die Erkrankung, dass der Dickdarm raus musste, da sieht man das, dass wenn die Fleisch essen, so gut wie nichts im Beutel ankommt, also sozusagen, wir verdauen das sehr gut, deswegen, das Argument, der Dünndarm hat sich entwickelt hin zum Aufnehmen von Eiweiß, runterbrechend Aufnehmen von Eiweiß, da ist der Dünndarm, wir haben einen riesengroßen Dünndarm, der darauf spezialisiert ist und wir haben ein Verhältnis, wir haben einen ganz kleinen Dickdarm, sieht man, wenn man nur Schimpansen anguckt, die uns ja noch am ähnlichsten sind oder Orang-Utans, die haben alle so einen dicken Bauch und das hängt nicht daran, dass sie Bier trinken und Fußball gucken, sondern das hängt daran, das ist denen ja Dickdarm und die haben eine viel höhere, man sagt Fermentationskapazität, das heißt, die müssen, das sind auch Pflanzenfresser, deswegen kann man immer nicht sagen, der Mensch soll die Gorilla-Diät machen, wir sind keine Gorillas, abgesehen davon, dass wir nicht so viel Kraft haben wie ein Gorilla, der Gorilla hat einen unheimlich großen Dickdarm, den haben wir Menschen nicht, wir können das schlichtweg nicht, Wir sind auch keine Kuh, und wir sind auch keine Kuh, und wir sind auch keine Büffel, genau, wir sind halt eine sehr spezielle Spezie, ich muss noch zwei Sachen noch sagen, die sind noch wichtig, für das Thema pflanzliches Eiweiß, man muss beim pflanzlichen Eiweiß noch zwei Sachen wissen, also einmal, eine Sache hat man schon, einige pflanzliche, ganz kurz, haben zu wenig von gewissen Aminosäuren, deswegen stuft man sie als schlechter erst mal ein, gegenüber tierischem Eiweiß, was, da gibt es keine Ausnahme, tierisches Eiweiß hat immer die perfekte Zusammensetzung von den Aminosäuren, also in dem Verhältnis, das schafft man aber sehr gut, indem man pflanzliche Eiweiße mixt, so ein Punkt, aber es gibt noch zwei weitere wichtige Punkte, die man wissen muss, wie wird Eiweiß gemessen, Eiweiß wird gemessen, ich hätte einmal gedacht, ja, so ganz naiv, man guckt sich wirklich an, was für, man misst die Aminosäuren und die Anzahl und zählt und so stellt man sich das dann so, ich selbst habe es mir so vorgestellt, ja, naiv vor, nein, so ist es nicht, man misst, man misst in Stickstoffgehalt und multipliziert mit einer Zahl, die aber nur korrekt ist für tierisches Eiweiß, das heißt, man nimmt da den falschen Faktor, 6,25 oder so, für tierisches Eiweiß und rechnet von Stickstoff hoch auf wie viel Eiweiß in dem Produkt ist und das ist insofern falsch, weil Pflanzen Stickstoff auch für andere Zwecke benutzen, ich glaube Nitrat, Nitrit, Nitrat ist zum Beispiel so ein Bestandteil und damit rechnet man zu hohe Mengen an Eiweiß aus mit dieser Formel, das ist nichts anderes als eine Schätzung sozusagen, wie viel Eiweiß in dem Produkt drin ist, man kann immer sagen, es ist weniger drin, als auf der Packung draufsteht, das ist nicht die richtige Ermittlung, man spricht im Englischen vom sogenannten Crude Protein, also ich würde es im Deutschen übersetzen mit potenziell möglichem Protein, es ist nicht das richtige Protein, was wirklich in dem pflanzlichen Produkt drin ist, das ist ein wichtiger Punkt und der zweite wichtige Punkt und ich sage auch die Lösung dafür gleich, der zweite wichtige Punkt ist noch, wir können pflanzliches Eiweiß in aller Regel nicht 100% verdauen, wie wir tierisches Eiweiß zu 100% verdauen, weil pflanzliches Eiweiß auch und jetzt kommt, an Ballaststoffe gebunden ist, es ist, die Pflanze braucht Eiweiße für Ballaststoffe und wir wissen alle, Ballaststoffe sind nicht so schlecht für den Dickdarm, für unsere Bildung dann von Schottstein, also für kurzkettige Fettsäuren und so weiter und so weiter, also gibt es auch nochmal, wir haben ja einen gewissen Bereich, Dickdarm, der, wenn er gesund ist, auch da noch viele Produkte, B-Vitamine und so weiter produziert, aber das ist kein Eiweiß, was sozusagen aufgenommen wird und das hängt von der Pflanze ab, das prominenteste Beispiel, was sofort jeder, der sich mit Ernährung beschäftigt, weiß, ist Gluten, wir Menschen verdauen Gluten nur zu 60, maximal 60%, 40% landen im Dickdarm, das heißt, von den 9 Gramm, die beim Dinkelbrot draufstehen, Eiweiß, Punkt 1, nur geschätzt, mit einer Formel, die für Fleisch nur richtig ist, also es sind wahrscheinlich nur so 7, Punkt 2, die Hälfte davon nehmen wir nur auf, oder 60%, also wir haben von den 9, wir landen da so ungefähr bei 4,2 Gramm, von dem, was wir aufnehmen, von den 9 Gramm, die aber auf der Packung draufstehen, also da muss man aufpassen, da muss man weniger rechnen, wenn man, vor allen Dingen, wenn man sagt, ach, der Krug hat keine Ahnung, mir reichen die DGE-Angaben 50 Gramm Eiweiß am Tag und wenn ich jetzt mit 50 Gramm Eiweiß jetzt auch noch sage, okay, Dinkelbrot hat 9 Gramm pro 100 Gramm, dann wird es gefährlich, dann wird es richtig gefährlich, weil ich dann viel zu wenig Eiweiß zu mir nehme und das hat halt ganz, ganz, da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf, noch ganz viele andere Auswirkungen und deswegen, mixen Eiweiß, die Lösung ist mixen und sicher ist wahrscheinlich eher so mit 60, 70% maximal rechnen von dem, was auf der Packung steht, das ist bei tierischem Eiweiß halt anders, das tierische Eiweiß, das hat man halt auch mit diesem DIA-Index, sieht man das auch, mit diesem Verfahren, dass da so gut wie nichts am Dickdarm ankommt, das heißt, das wird im Dünndarm komplett abgebaut. Der Hintergrund ist halt, dass wir sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wir haben ja kein Filmmaterial aus der Zeit von den letzten 350, würde mich total interessieren, wirklich, aber haben wir halt nicht, aber die Wahrscheinlichkeit halt an den ganzen Untersuchungen, die ich vorhin gesagt habe, beim Homo sapiens in der Zeit sieht es genauso aus, dass der halt einen sehr, sehr hohen Isotopenanteil von Stickstoffisotopen in Knochen hat, das bedeutet, dass er sehr, sehr viel Fleisch gegessen haben muss sonst hätte er das nicht. Weidetiere haben nicht mal die Hälfte. Weidetiere produzieren ja ihr eigenes Eiweiß durch die Bakterien im Magen. Das ist halt so in Anführungszeichen ein Wunder. Ja, die können das tatsächlich, das können wir nicht, weil wir auch die Bakterien gar nicht, wir haben auch den Magen da, wir haben einen ganz anderen Aufbau, Weidetiere haben einen ganz anderen Aufbau von Magen und Darm. Und die, das Lustige ist, wenn man sagt, was verdaut denn ein Weidetier? Okay, verdauen kann man auch beim Pansenmagen anfangen, aber wenn man anguckt, was in dem eigentlichen Darm ankommt vom Weidetier, ist tatsächlich Fette und Eiweiße. Ja, vorne kommt Gras rein, wo so gut wie kein Fett und Eiweiß drin ist und durch die Fermentation, durch die Bakterien, weil die Kuh verdaut ihre eigenen Bakterien und dadurch kommt sie an Fette und Eiweiße dran. Und das ist eine ganz spannende Geschichte und logischerweise, wir haben keinen Pansenmagen, wir haben nicht die Kapazität, das zu machen. Weshalb ich sage, Weidetiere, soweit es geht, Weidetiere sind in unserer Evolution sehr, sehr wichtig gewesen und vollbringen halt diverse Wunder. Das ist ja nur ein Aspekt. Weidetiere, das beschreibe ich auch im Buch und ich nenne auch ein Buch, was sich da ausführlich mit beschäftigt mit dem ganzen Aspekt Tier, Weidetierhaltung, wie wichtig das letzten Endes ist für die Grasflächen und so weiter und abgesehen davon, dass halt die meisten oder viele Weideflächen gar nicht geeignet sind, um irgendwas anderes da anzubauen, aber vor allen Dingen halt auch, und das ist ganz tragisch, die Weidetiere sind unheimlich wichtig für den Erhalt dieser Flächen. Da habe ich auch eine traurig schöne Story bei mir ein Buch drin über einen Engländer, der in Südafrika ist. Also jeder, um das kurz abzuschließen, jeder sollte sich das Buch dann mal holen, um diese Story auch zu bekommen, weil sonst schweifen wir zu sehr ab und der Podcast geht noch fünf Stunden. Also ich bin ja ein absoluter, ich sag mal, ich bin, ich habe da gar nichts dagegen, was du sagst und ich denke, alleine auch schon der Fakt, dass solche hoch, hoch angesehenen Qualitätssiegel wie zum Beispiel Demeter oder auch andere davon ausgehen, dass mit Tieren der beste Ertrag stattfindet, nicht nur, oder das beste Leben stattfindet. Also Demeter ist ja per se ja auch kein Veganer-Verein. Ganz im Gegenteil, die nutzen ja vor allem eben auch diese weite Tierhaltung, die gehen das ganze Humus-Thema, also dass du schwarze Erde aufbaust, auch mit der Kacke der Tiere. Genau. Und die nutzen ja eben auch dieses tolle, wie heißt es, dieses Ritual, wo sie quasi diese Asche verbrennen, was sie jeden früh machen. Komisch, dass mir der Name hier einfällt, das ist mir das letzte Mal schon nicht. Ja, stimmt. Agni Hota. Sowas in der Art. Agni Hota heißt es. Naja, okay. Also, ich glaube schon, dass es sehr sinnvoll ist, im Einklang mit den Tieren zu leben und auch, ich sage mal, wenn wir jetzt reine Selbstversorger wären und nicht in dieser hoch zivilisierten Zeit leben würden, da würde wahrscheinlich fast jeder von uns, um sein Überleben zu sichern, mit Tieren leben und wahrscheinlich auch ab und zu mal ein Tier essen. Jetzt haben wir das aber aktuell nicht. Also, das heißt, wir haben gefühlt genug von allem und wir können ja eben auch tolle Sachen produzieren. Und um jetzt quasi auch nochmal diese Frage abzuschließen, wo ist am meisten drin? Da brauchen wir jetzt alle nicht drüber reden. Die Hauptquellen, wenn wir über die reine Menge von Eiweiß sprechen, sind dann eben Fleisch, vor allem Rindfleisch, Fisch, Eier, Milch. Das sind also, ich sage mal, diese vier, fünf Hauptprodukte, wo wir drüber sprechen, dass viel Eiweiß drin ist. Im pflanzlichen Bereich sind es dann Samen, Pilze, Hülsenfrüchte, Nüsse, Ackerbohnen, Soja, also Hülsenfrüchte einfach, aber auch Getreide. Wir wissen jetzt ja auch, was ist das Beste? Wir müssen verschiedene, gerade im pflanzlichen Bereich, Proteine miteinander verbinden, dass wir ein optimales Aminosäuren-Spektrum haben und auch ein bisschen überdosieren am besten, weil wir jetzt durch dich gelernt haben, dass nicht so viel drin ist, wie draufsteht. Es ist leider so, ja. Da kann ich auf jeden Fall eben auch mitgeben, was beim Fleisch eben nicht der Fall ist. So, jetzt haben wir aber auch schon konstatiert, dass es vielleicht nicht jeder machen kann und auch nicht jeder machen will, so viel Fleisch zu essen, auch wenn das vielleicht gar keine Nebenwirkungen hätte, jetzt für dich als Mensch gesehen, weil du dozierst nicht über, du hast nicht zu viel Beiprodukt als Fett und so weiter. Also, du hast auch nur ganz toll gehaltene weite Tiere. Nehmen wir das jetzt alles mal an. Das heißt, da sagst du ja von dir selber, du machst es dir einfach und kannst damit auch gut leben. Du bist ja auch oder scheinst auch sehr gesund zu sein. Ich gebe mal da total mit, dass das eben auch möglich ist. Jetzt wollen wir es ja eben auch für die Masse wirklich gangbar machen und du sagst dasselbe, dass es dann für doch viele relativ teuer ist, sich nur von Weidetieren zu ernähren und viele andere Dinge müssen wir ja auch dazu sagen, fallen ja auch schon weg. Also, der in der Aquazucht gezüchtete Forelle, die vielleicht noch viel Eiweiß hat und so weiter, alles Quatsch. Aus dem Meer können wir nichts mehr essen. Eier, da gibt es ja auch Theorien, müssen wir jetzt nicht mitgehen oder nicht, dass halt viele Krankheitserreger mit Eiern gefüttert wurden und die dann quasi sich im Körper wieder erinnern, okay, ich habe ja damals Eier gefressen, deshalb bevorzugen die Eier bla bla bla. So, wie können wir jetzt Eiweiß in pflanzlicher Ernährung wirklich gut zu uns nehmen, dass es gut funktioniert? Also, du hast ja auch, du hast ja bestimmt mal so die eine oder andere praktische Umsetzungshilfe für uns. Wie würdest du dich jetzt ernähren im optimalen Falle? Ich weiß, du willst es nicht, aber wie würdest du dich ernähren im optimalen Falle, wenn du es pflanzlich machen willst? Gut, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Fleisch plötzlich verboten wäre zu essen, was ich nicht hoffe, dass es kommt. Ich hoffe, dass die ganze Massentierhaltung irgendwann verboten wird. Das schreibe ich auch schon in meinem ersten Buch sozusagen. Da bin ich auch, und ich glaube, es funktioniert, leider funktioniert vieles bei Menschen leider nur durch Verbote. Ansonsten macht der Mensch das einfach. Und wenn ich das jetzt müsste, dann würde ich tatsächlich dahergehen und Hülsenfrüchte richtig zubereitet. Du hattest das Thema Lektine auch schon hier. Das heißt, auf jeden Fall, ich habe auch zwei Schnellkochtopfe. Ich bin ja nach wie vor auch, ich bin ja nicht der Überzeugung, dass man sich Carnivore ernähren muss. Wie gesagt, das wäre meiner Sicht auch zu teuer und nicht sinnvoll, weil wir sind Jäger und Sammler. Also man muss das Sammler aber nicht vergessen. Wir waren Jäger und wir waren aber auch Sammler. Das heißt, wir haben gern mal auch Beeren gegessen und alles Honig, was wir gefunden haben, haben wir gegessen. Wie sagt man so schön, wir haben das gegessen, was da ist. Das schreibt auch Dr. Strunz, der ja auch sehr, sehr ketogen und sehr fleischlastig unterwegs ist. Also wir haben da immer, ich bezeichne es als opportunistischer Omnivor. Das heißt, wir sind ja durchaus in der Lage, beides zu essen, wenn wir gesund sind. Bei einigen Erkrankungen gibt es gewisse andere Regeln, aber die lassen wir heute mal außen vor. So, wenn ich mich jetzt rein pflanzlich ernähren müsste, Kartoffel ist es gut, aber Kartoffel muss man aufpassen, weil sie relativ viel Kohlenhydrate hat, 15 Prozent ungefähr. Jetzt kann man Kartoffelsalat, man hat man letztes Mal schon. Kartoffeln kalt werden lassen. Geht der Kohlenhydrat, die man aufnimmt in den Blutzucker, ein bisschen runter. Und es kommt ein bisschen mehr im Darm an, was eine Win-Win-Situation sozusagen ist, was sich sehr gut ausfällt. Also Kartoffel ist ein Bestandteil. Bohnen, also ich mag auch die griechischen Gigantosbohnen. Bohnen muss man aufpassen, Vorsicht, viele Bohnen kommen aus China und da habe ich einfach ein ganz schlechtes Bauchgefühl, sagen wir mal so. Ich will sie nicht verteufeln, aber ich habe da ein ganz schlechtes Bauchgefühl, was das angeht. Also man kann aber Bohnen bekommen aus Italien. Frankreich ist schwierig. Die hatten eigentlich auch mal viel, viel Bohnen angebaut. Also aus Europa, sagen wir mal so. Man kann sie ja auch selbst anbauen. Bohnen finde ich auch total lecker. Mache ich auch regelmäßig. Und also Bohnen wäre bei mir ein ganz fester Bestandteil. Und jetzt kommen wir genau in die Richtung. Also ich finde, ich mache auch keinen Bogen drum um ein gutes Sauerteigbrot. Da muss man wieder aufpassen. Sauerteigbrot hat 45%, 40%, je nach Zubereitung oder wie lange es gestanden hat. Aber auch 40%, 45% Kohlenhydrate. Das macht sehr schnell. Hat man Lust auf mehr? Das ist immer so, das ist nicht nur bei mir so. Das schreiben ja auch viele Leser von meinen Büchern. Ich muss mit Kohlenhydraten aufpassen. Sobald ich Sauerteigbrot esse, esse ich zu viel davon. Ja, das passiert leider. Ich kenne das Problem. Aber trotz allem, wer es kann, wer es gut verdaut, man sollte auch immer auf seinen Körper hören. Also das ist auch so ein zentraler Punkt. Egal wie man sich ernährt, man sollte immer auf seinen Körper hören. Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Fühle ich mich danach gut? Fühle ich mich danach nicht gut? Und wer Probleme hat auch mit Hautausschlägen, Allergien und so weiter und so weiter, Ernährungstagebuch. Und sich aufschreiben, was hat man gegessen? Da kann man versuchen, das ist schwierig, aber man kann dann versuchen, rauszufinden, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und bei den einen, die können sehr, sehr gut Äpfel essen und der andere merkt plötzlich, dass er von Äpfeln immer rote Hautstellen kriegt und dann muss ich Äpfel weglassen. Das ist einfach so. Oder Orangen. Zitrusfrüchte haben da häufiger auch ein Problem, weil sie ein Histamin-Leparator sind. Aber zurück zum Eiweiß. Also ich würde genau die Eiweißquellen, die du aufgezählt hast, die würde ich dann in Kombination essen. Das wäre so meine Überlebensstrategie oder nein, das wäre meine Ernährungsstrategie, wenn ich sage, ich streiche mal das Fleisch raus und ernähre mich rein pflanzlich. Vielleicht würde ich sagen, das ist noch ein Zwischenschritt und baue noch ein bisschen Eier mit ein, also Demeter-Eier natürlich oder Bioland, oder von jemandem, wo man weiß, dass das wirklich, aber das gibt es ja kaum noch, muss man einen Freund haben oder weit draußen wohnen oder seine eigenen Hühner halten, das geht. Aber das Hühnereiweiß hat halt auch einen Diaz-Index von 100, also vollwertig. Und das macht es ein bisschen, also Milchprodukte bin ich ja kein, hat man letztes Mal schon kein großer Fan von, weil ich sie selbst auch nicht vertrage. Das heißt, und das haben viele, ohne dass sie es merken, das hat der Grund, dass Casein kann ähnlich negativ wirken wie das Gluten. Also wer Probleme hat mit Gluten, der sollte auch mal sich hinterfragen und beobachten, was mit Milcheiweiß passiert. Ich lasse Milcheiweiß seit 2018 weg. Mein Groschen ist spät gefallen, aber er ist gefallen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, es ist das Milcheiweiß, was mir eine Gastritis beschert, Hautausschläge beschert und ähnliche Probleme und seitdem ich das weglasse, ist das weg. Und wenn ich es mal aus Versehen, das muss nur ein Stück Butter sein, wo echt wenig Eiweiß drin ist, das ist nur noch 2-3% Eiweiß und eigentlich ja auch sauer Milchprodukt, ist trotzdem etwas, wo ich drauf reagiere. Ghee nicht, da ist es rausgefiltert, aber Ghee mag ich nicht, es schmeckt mir nicht. Und ja, aber zurück zum Eiweiß, so würde ich vorgehen, diese Kombination, ich kann dir auch noch eine Studie zuschicken im Nachgang, die kannst du reinhängen, die beschäftigt sich genau mit dem Thema, wie werte ich pflanzliches Eiweiß auf, so dass es dann in Kombination einen Diaz-Index hat, man möchte so einen Diaz-Index von um die 100 haben, das ist so der Index, den viele Fleischsorten erreichen und das geht. Das ist halt genau das und genau daran würde ich mich orientieren, diese verschiedenen pflanzlichen Eiweiße dann zu kombinieren. Das ist der richtige Weg. Verschiedene Rezepte dazu finden wir natürlich auch bei mir im Blog und ich würde jetzt abschließend, lieber Robert, vielleicht eine Sache noch aufzählen. Du hast, wir hatten ja im Vorgespräch eben auch mal von Chlorella vor allem gesprochen, was ja auch eher zu den Algen zählt und das ist natürlich eben auch eine ganz große Kategorie ist an Lebensmitteln, auch Spirulina, das zwar ein Bakterium anscheinend ist, aber was ja auch total viel Eiweiß enthält und du sagst ja eben auch, dass das wahrscheinlich gar nicht so viel Eiweiß, zumindest verwertbares Eiweiß enthält oder auch nach dieser Stickstoffrechnung. Würdest du quasi dann quasi generell solche Algen oder auch so, du hast auch ganz wenig frische Produkte in deiner Ernährung, also du sprichst so gut wie nie über Sprossen oder Wildkräuter oder wirklich frische, herbe, bittere Salate und so weiter, siehst du das als gar nicht notwendig an in unserer Ernährung? Also erstmal zur Frage von Algen, ich habe überhaupt kein Problem mit Algen, man sollte halt nicht, die haben einen sehr hohen ausgewiesenen Eiweißanteil, den muss man wieder werten, wie wir es gesagt haben aus den bekannten Gründen, aber trotz allem ist das noch eine sehr hohe Eiweißquelle. Das einzige, wo ich Bauchschmerzen habe, ist, man muss darauf achten, Algen sind halt sehr gute Schwermetallbinder, so und das geht in beide Richtungen, das heißt aus dem Meer binden die sehr gut Schwermetalle, das heißt sie sind belastet, wenn die im Meer hergestellt, oder es kommt jetzt darauf an, es gibt die, wir für die Ganzheitlichkeit zum Entgiften setzen wir Chlorella, glaube ich, oder von Klinghardt gelernt sozusagen, der setzt die schon seit 20 Jahren ein, als primäres Entgiftungsalge, sehr große Mengen auch, muss man da nehmen, aber die Kinder und so weiter, die er behandelt, die Erwachsenen sind zum Teil sehr hoch belastet, und das ist ein Thema für sich, dieses Thema, Schermetallentgiftung ist ein sehr heikles Thema, ein Thema für sich, aber das funktioniert schon, aber diese Chlorella-Algen werden in einem geschlossenen System, in einem geschlossenen Süßwassersystem auf Land hergestellt, sondern egal wo das ist, hauptsache das Süßwasser oder das Wasser, was benutzt wird, ist sauber, Schwermetall rein, denn leider, ich würde keine Algen mehr essen aus dem Meer, also das ist einfach, leider, weil die halt so gut Metalle und Schwermetalle bilden. Also keine Makro-Algen, also die meisten, ich meine, Chlorella ist ja sowieso, und auch Spirulina sind ja, glaube ich, sowieso Süßwasser-basierte, sondern reden wir ja eigentlich von den Braun-Algen, von den Makro-Algen, wie Dulze beispielsweise, Kelp und so weiter, ich meine, da gibt es natürlich auch Anbieter, die natürlich mit eigenen Messverfahren dann eben auch sagen, okay, inwieweit sind die Schwermetallfrei, von denen reden wir jetzt aber auch gar nicht, weil die in der Regel gar nicht so viel Eiweiß haben, wie diese Süßalgen, also Chlorella, Spirulina, ich denke, zusammenfasst können wir sagen, dass wir die ergänzen in unserer Ernährung, wer es möchte, gerne aufnehmen können, weil die natürlich eben auch daneben sehr viele andere Vorteile bieten, vor allem, wenn sie in einem geschützten Umfeld aufgewachsen sind, sie haben sehr viel Chlorophyll, sie haben in der Regel sehr viele eben auch Vitamine etc., und haben einen hohen Eiweißanteil, sie sind vielleicht so das bisschen Fleisch 2.0, viel Eiweiß, wenig Fett, fast keine Kohlenhydrate, ob die Aufnahme jetzt dann so optimal ist, sagen wir dahingestellt, man könnte sie aber auch ergänzend nehmen, ich denke, das wird ja auch deine Meinung sein, zu zum Beispiel Wildkräutern oder Salaten, nur alleine jetzt mit denen Sachen seinen Eiweißbedarf zu decken oder auch Sprossen ist wahrscheinlich irrelevant, weil du müsstest halt wirklich, wirklich riesige Mengen essen, vor allem unter dem Aspekt, wie wir jetzt bei dir gelernt haben, dass die verwertbare Eiweißmenge noch geringer ist, sehr wahrscheinlich wie die, wie wir angenommen haben. Richtig, und wir müssen auf 100 Gramm Eiweiß kommen, als erwachsener Mann und das wird, also das sind alles gute Kombinationen, aber die primären Quellen wären eher die, die wir vorher genannt haben, weil das, Wildkräuter, ich habe kein Problem mit Wildkräutern, ich selbst wäre, bin da, habe da in meinem Arbeitsleben keine Chance, das zu sammeln und das ist schwer auf dem Markt, also wenn, dann würde ich auch wieder eine Bio-Qualität haben wollen, das gibt es mal, dass wir noch mal ein bisschen Löwen zahlen und dann essen wir das auch, also es ist nicht so, dass wir das nicht, gerade im Sommer ist es nett oder Rucola oder so, als Bitterstoff, das essen wir schon, essen wir dann dazu, das machen wir schon als Ergänzung, machen uns ja auch gerne mal einen Salat und da gehört das dann schon mit dran, aber es ist meistens schwierig, da in einer guten Qualität dran zu kommen, das ist dann eher so das Problem und ich habe nicht die Zeit sammeln zu gehen und was ja eigentlich auch geht oder das ist halt schwierig, deswegen kommt das bei uns in der Ernährung wenig vor, das ist richtig, also an frischen Produkten essen wir prinzipiell Wurzelgemüse, das ist immer so meine Kartoffeln und Wurzelgemüse, das ist so das, was wir frisch essen. Spannend, okay, vielen lieben Dank, um hier nochmal abzuschließen, aus meiner Sicht oder beziehungsweise die besten pflanzlichen Lebensmittel mit dem höchsten Arbeitsgehalt, da sprechen wir übrigens auch nicht nur von Soja, die ist gar nicht mal so on top, sondern wir haben ja jetzt gerade gehört, Spirulina, Chlorella, offiziell finde ich haben den höchsten zwischen 50 und 65 Gramm sogar, auf 100 Gramm Eiweiß, dann gibt es aber sowas auch wie Hanfsamen, zwischen 35 und 40 Gramm, also alles quasi diese offiziellen Zahlen und der Vorbehalt, dann haben wir die Sojabohne, dann haben wir gewisse Nüsse wie Erdnüsse, wir haben die Kürbiskerne, die sehr hoch an Eiweiß sind, dann kommen Linsen, dann haben wir Pistazien, Chiasamen, Mandeln und dann kommen wir aber schon in eine Richtung, wo es unter 15 Gramm geht mit Haferflocken oder Tufu, also das sind mal so sehr relevante Eiweißquellen, wie gesagt, auch solche Pflanzen wie natürlich diese grünen Kohlsorten, Wintergemüse und Wintersalate wie Feldsalat, all das hat Eiweiß auch in einer sehr hohen Menge, wenn man das jetzt kalorisch sieht, also auf 100 Kalorien kannst du wahrscheinlich, weiß ich nicht, 400, 500 Gramm Feldsalat essen und hast dann akkumuliert bestimmt auch deine 20 Gramm Eiweiß, aber wie gesagt, da müssten wir total hohe Mengen essen, auch das ist dann wiederum nicht so einfach, hat auch gewisse Side-Effekte, also das heißt, eine schöne ausbalancierte Diät ist hier wahrscheinlich Key und du kannst selber wählen und das ist das Schöne in der heutigen Zeit, in der wir leben, ob das rein pflanzlich sein soll, ob das eine Mischkost sein soll, rein Kalivor lebt nicht mal Robert Krug, also von daher ist es wahrscheinlich für heute keine Option mehr, zumal es ja auch ethisch gesehen mit der Menge der Menschen dann auch gar nicht betrachtet werden könnte, aber abschließend finde ich das ein tolles Buch, weil es ganzheitlich betrachtet, ganz, ganz wichtig, vor allem auch, du hast es angesprochen aus der Sicht, Haut, Haare, Nägel, Knorpel, Knochen, Muskeln, all das, was wir hier eben brauchen, da ist Eiweiß eben der essentielle Baustein dafür und du beschäftigst dich ja jetzt auch immer mehr mit dem Thema, ich sage ich mal so Feinstofflichkeit, da können wir vielleicht mal irgendwann dann einen nächsten Podcast dazu machen, was hat es dann eben auch für, ja, vielleicht sogar für Folgeerscheinungen, nicht nur für unseren physischen Körper, sondern auch für unseren feinstofflichen Körper, wenn wir zu viel Eiweiß, zu viel von irgendwas, zu viel tierisches Eiweiß zu uns nehmen, das geht aber jetzt quasi in einer andere, in einen anderen Themenkomplex rein, ich denke, wir beide sind uns einig, lieber Robert, deshalb unterhalten wir uns ja auch so gut, dass wir viel Eiweiß brauchen in unserer Ernährung und dass es unser Hauptnährstoff ist und dass es vor allem aus wirklich ethisch korrekten Quellen sein muss, egal ob es jetzt tierisch oder pflanzlich ist, denn wenn wir im tierischen Bereich Fleisch oder Fisch oder andere Quellen aus Massentierhaltung essen, dann hat dieses einen sehr hohen Preis, auch was unsere, ja, nicht nur was unseren physischen Körper angeht, sondern was unsere Seele angeht und umgekehrt genauso, ne, essen wir nur pflanzlichen Grab aus irgendwelchen Weizenmehlprodukten, Kunstfleisch, texturiertem Soja und was weiß ich nicht alles, dann hat es genauso auch negative Auswirkungen, also da ist nichts besser oder schlechter, von daher schätze ich diese, diesen Diskurs mit dir sehr und bin dir sehr dankbar, auch über diese ganzen wissenschaftlichen Beweise, die du ja aufbringst, also hier in deinem Buch, hier hinten sind ja etliche Seiten nur mit Literaturverzeichnissen, Studien, Publikationen und so weiter, also das kommt alles nicht von ungefähr und ich möchte mich dann nochmal bei dir ganz herzlich bedanken für deinen unermüdlichen Einsatz, nicht nur für dich, dass du auch für dich machst, um dich weiterzuentwickeln, aber auch, dass du dann eben auch teilst und ich weiß, wie viel Arbeit so ein Buch sein kann, also vielen lieben Dank, lieber Robert. In diesem Sinne sage ich auch heute wieder trotzdem stay healthy, stay vegan, eat you broccoli und wenn du ein Ei dazu essen willst, hast du auch meinen Segen, solange es aus der Nachbarschaft oder von dem, wie der kommt und wenn du tatsächlich mal wissen willst, wie du Fleisch essen kannst, dann haben wir auch einen Blogartikel, wie du als Veganer, wenn du es unbedingt mal brauchst, Fleisch isst, da geht es auch um weite Tiere. Also check den aus, alles, alles Liebe, Robert, dir einen wunderschönen Tag, bis gleich.